Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Dienstag, dem 11. Juli. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Janus Wien hier und ich habe heute acht Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um das Thema E-Autos, Xing, Google Street View, Xiaomi, Motorola, Microsoft 365, Oculus Rift und Apple. Wir beginnen beim Thema Elektroautos und da hat sich wieder die noch deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel geäußert. Und sie sieht eine düstere Zukunft für die deutsche Autoindustrie, mehr oder minder. Zumindest sieht sie vorher, dass sich dort in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr vieles ändern wird. Im Endeffekt ruft sie dazu auf, dass sich auch der Rest der EU darauf einstellen soll und dementsprechend auch den Umstieg auf das Thema E-Mobilität fördern soll. Ja, grundsätzlich eine recht gute Einschätzung. Ich gehe da sehr konform mit der deutschen Bundeskanzlerin, die ja oft nicht unbedingt Technik aufgeschlossen war. Wir erinnern uns an die Internet-ist-Neuland-Aussage. Auch wenn die zugegeben sehr böse im Zusammenhang gerissen war. Gerade in dem Fall. Ich finde es sehr positiv, dass es auch sie ein bisschen Druck Richtung Europäischen Rat gibt und das so ankündigt. Ja, ich bin mir sehr sicher, sie wird recht haben. Und ja, wir sollten uns alle darauf einstellen, dass dieses Thema in den nächsten Jahren immer stärker kommen wird. Wir kommen zu Xing und die haben ein Wiener Startup gekauft. Zwei lokale News, die ich jetzt bringen möchte. Die erste eben, Xing kauft ein Wiener Startup für 17 Millionen Euro. Das Startup Prescreen, die machen ATS, einer Applicant Tracking System. Im Endeffekt geht es quasi darum, dass man Bewerber von dem Zeitpunkt der Bewerbung bzw. der Ausschreibungsergebung zum Einstellungsgespräch verfolgen kann. Immer mehr solche Software wird quasi benötigt. Als groß der Kunde von Prescreen zählt die Unicredit Bank Austria Gruppe. Wir kommen zu Google, bleiben aber in Österreich und dort gibt es eine sehr überraschende, aber für uns sehr positive News. Google ist, also Österreich ist immer noch ein weißer Fleck im Punkt Street View. Wir haben immer noch kein Street View in Österreich. Das soll sich jetzt aber sehr rasch ändern. Ab 19. Juli sollen die Autos bei uns schon unterwegs sein. Im Endeffekt, ja, die Vorgeschichte ist eine mit vielen Missverständnissen. Wie die Autos zu erzählen bei uns starten sollten, gab es grundsätzlich mal mehr oder minder ein Verbot bzw. eine Prüfung der Datenschutzkommission. Da gab es dann zwar ein Jahr später eine Erlaubnis dafür. Google hat sich aber dennoch entschieden, nichts zu tun. Ähnlich wie das auch in Deutschland der Fall ist. Bei uns fahren die Autos jetzt. Für Deutschland gibt es leider noch keine neuen News. Neue News, wie es auch bei Xiaomi heute geben. Die haben gestern sehr überraschend angekündigt, dass am 11. Juli das perfekte Smartphone vorgestellt werden soll. Sehr hoch gestapelt, was es wird, werden wir heute im Laufe des Tages erfahren. Wir wissen es noch nicht genau. Es könnte ein neues Mi 6 Plus sein, ein Mi Note 3 oder vielleicht ein neues Mi Mix. Wir wissen es nicht, wir werden es aber heute im Laufe des Tages erfahren. Was wir auch noch nicht genau wissen, aber zumindest einen sehr, sehr guten Leak bekommen haben, ist, wie das Motorola Z2 ausschauen soll. Das soll am 25. Juli in New York vorgestellt werden. Aber Motorola selbst hat heute ein Pressebild mehr oder minder geleakt. Wir wissen mittlerweile mehr oder minder aufgrund dieses Bildes, dass es sich offensichtlich um zwei verschiedene Varianten handeln wird. Ein normales Z2 und ein unkaputtbares, quasi unkaputtbares Z2 Force. Die Spekulationen gehen in Richtung 5,5 Zoll großes QHD-Display. Ausgestattet sein soll das Ganze mit dem aktuellen schnellsten Snapdragon. Ja, eigentlich Standardkost, wie immer nur im sehr dünnen Motorola Z-Gehäuse. Und es soll jede Menge neue Kameramods, also generell Mods geben, diese Motor-Mods. Unter anderem eine 360-Grad-Kamera. Das war ja mehr oder minder angekündigt und überrascht jetzt keinen mehr. Wir kommen zu Microsoft und dort gibt es ein interessantes, neues Angebot für Firmenkunden. Das soll bereits im August starten, am zweiten genauso sein. Im Endeffekt bündelt jetzt Microsoft Windows und Office und die mobile Geräteplattform in einem Paket. Das Ganze soll eben am zweiten August starten. Für 20 Dollar je User gibt es das dann quasi alles als monatliches Abo. Wir kommen zum Thema Virtual Reality und irgendwie kommt das ganze Thema ja nicht so ganz aus dem Quark, wenn man das so formulieren möchte. Grund dafür dürften teilweise die Preise sein oder eben die geringe Verbreitung. Facebook nimmt jetzt da den nächsten Anlauf und senkt den Preis für die Oculus VR inklusive der eigentlich sonst recht teuren Touch-Controller. Beides zusammen, oder eigentlich alles drei zusammen, weil es sind zwei Touch-Controller, gibt es jetzt ab 450 Euro. Ein sehr, sehr, sehr lukrativer Preis. Laut Pressemitteilung geht das Ganze mal momentan unter dem Namen Summer of Rift, wo es einige solche Angebote gibt und soll zeitlich begrenzt sein. Wie lange das Angebot gilt, weiß man aber noch nicht. Auch in Vergangenheit gab es schon Preisreduktionen, die waren dann aber überraschenderweise nicht zeitlich begrenzt. Ich nehme mal an, dass es hier so ähnlich sein wird, aber vielleicht gibt es da doch noch eine Preissteigerung, wer weiß. Zum Abschluss noch eine kleine News zum Thema Apple, wirklich eine ganz kurze. Für macOS, iOS und tvOS gibt es jetzt jeweils die dritte Version der Developer-Betas. In der Public-Beta noch nicht, die wird aber sicherlich dann irgendwann heute, wahrscheinlich im Laufe des Tages, Dienstag ist da immer ein ganz gutes Datum dafür, folgen. Ja, das war es von mir für heute, eine relativ kurze Folge. Im Endeffekt, ja, die Welt ist im Amazon Prime Day Fieber. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Shoppen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Amazon hat sehr, sehr viele Angebote, nur heute. Ja, viel Spaß beim Shoppen, ansonsten einen schönen Tag, genießt den Sommer und wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.